Ja momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76, es regnet und wir sind durstig, was irgendwie nicht zusammenpasst. Äh, und wir haben folgende Situation momentan, wir sind out of money, ähm, money sag ich schon, ammo, und wir müssen irgendwo unseren Schrott loswerden. Also gehen wir einfach mal Richtung Quest und hoffen, dass da irgendwas ist. Hoffentlich. Und ich, ansonsten, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ob ich jetzt ein bisschen offscreen, ein bisschen am Anfangsgebiet rumlaufe, mit einer Axt oder so, Munition sammle, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir müssen auf jeden Fall weiter in die Richtung. Und ich kann natürlich nicht laufen. Und meine Waffe ist so gut wie am Arsch. Und meine Kleidung ist natürlich am Arsch. Einfach alles am Arsch, hier. Geil. Kleidung am Arsch, Waffe am Arsch, keine Ressourcen. Dieses Let's Play wird denkwürdig. Tja, du bläufst durch die Gegend. Ja, ich weiß. Viele denken sich einfach nur, Sero, was machst du denn für eine Scheiße? Das Problem ist aber, wenn man Let's Play ist, will man nicht viele langweilige Sachen machen. Weswegen man nur versucht, aufregende Sachen zu machen. Und deswegen ziemlich viel an Ressourcen... Oh, Knappheit leidet. Wieso, explodiert? Oh Gott, des Willen. Ich habe definitiv Probleme. Oh ja. Okay, ich bin krank. Oh Gott, ich muss laufen. Ich kann nicht laufen. Okay, wir gehen hier einfach mal rein. Und hoffen, dass die uns nicht folgen können. Ja, cool. Hat funktioniert. Radio ist Maus. Sollen wir Schrott einsammeln? Ella Ames. Ach, hier bist du gelandet. Toll, hat nur Geld am Start. Ins Bett legen kann ich mich auch nicht. Abspielen? Hallo? Freie starten. Bitte wählen Sie einen Eintrag. Würgedünger. Schlüsselzutat. Verstrahltes Knochenmehl. Beste Quelle Todeskrallennester. Chemikalien von Daya Chemical. Stickstoff, Phosphor, Kalium. Bei Daya Chem mischen und in den Fluss leiten. Um den Sumpf zu reinigen und die Schoten zum Blühen zu bringen. Weitere Einzelheiten in den Protokollen. Hasse mich dafür nicht. Hinweis zum Finden unter Knochenmehl aufspüren. Du leitest einen Nährstoffentzug. Cool. Dank Niraj, absolut großartiger Tochter Abby, habe ich jetzt ein funktionierendes Knochenmehl-Peilgerät. Falls also irgendjemand interessiert ist. Mit Blumen und netten Worten kriegt man mich nicht rum. Bei medizinischem oder technischem Wissen schmelze ich allerdings dahin. Sie hat eine Station eingerichtet, die das Dosiermeter des Pip-Boys nutzt. Also muss ich nur alles installieren und zum Laufen zu bringen. Danach sollte ich meine Fähigkeiten zum Erlegen von Todeskrallen ein wenig aufpolieren. Funkpfeilung installieren. Installation abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch, du kannst jetzt hochradioaktive Todeskrallen-Exkremente aufspüren, die Ella so liebevoll als Knochenmehl bezeichnet. Schalte die Station Strahlungssignatursuche ein, wenn du Lust auf richtige Spannung hast. Viel Glück. Oh mein Gott. Aufzeichnung. Pflanzliche Heilkräfte. Ich lege einfach mal damit los. Schließlich wird die Strahlung sich nicht selbst heilen. Ich arbeite fürs Erste mit aufbereitetem Wasser, Antiseptikum und einigen frischen Würgepflanzenschurten. Hätte beinahe meine Hand an einen Schlinger verloren, aber Randy hat ihm mit der Schrotflinte direkt eins auf die Schnauze verpasst. Ein Punkt für die Menschheit. Beim ersten Versuch werde ich aus den Schurten einen Absud zubereiten und sehen, was dabei herauskommt. Resultate. Wie sich herausstellte, funktionierte der Absud mit den Schotenschalen überhaupt nicht. Das Ganze hat Strahlung quasi wie ein Schwamm aufgesaugt. Als nächstes habe ich die Innereien herausgeholt und sie etwa 30 Minuten lang eingekocht, um den Sud ordentlich zu reduzieren und dann das Antiseptikum dazu zu geben. Ich würde sagen, das Verhältnis ist jetzt etwa drei Teile zu zwei Teilen, Antiseptikum zu ein Teil Wasser. Ich habe es an Charlie ausprobiert, da er eh auf Jagd gehen wollte. Es schienen keine Nebeneffekte zu haben, aber wer weiß. Wir reden hier von Charlie. Er ist nicht der Hellste, aber immerhin nett anzusehen. Redshield. Na, sieh mal einer an. Der erste Versuch hat tatsächlich funktioniert, wenn auch nicht so gut, wie ich mir erhofft hatte. Charlie sagte, die Strahlung im Wasser hat ihm nichts weiter ausgemacht. Meine Tests haben aber gezeigt, dass es nicht so effektiv war, wie erwartet. Bestimmt liegt es daran, dass die Schoten nicht geblüht hatten. Das bedeutet also, dass ich einen Weg finden muss, diese Dinger zum Blühen zu bringen. Eine Art Dünger vielleicht. Es wird Zeit, die grauen Zellen anzustrengen. Düngerherstellung. Ich habe mir die ganze Nacht lang den Kopf darüber zerbrochen, aber ich habe jetzt eine Idee, die funktionieren könnte. Diaschem ist nicht weit weg und dort gibt es bestimmt, was ich brauche. Wir versuchen es zunächst mit einer Dreierkombination. Stickstoff, Phosphor und Kalium, aber da fehlt noch was. Da die Würger sich durch Strahlung entwickelt haben, müssen wir dem Dünger vielleicht nur etwas Radioaktivität untermischen. Hier im Sumpf gibt es haufenweise radioaktives Knochenmehl. Vielleicht ist das genau das, was wir brauchen. Du verungerst. Hier im Sumpf gibt es haufenweise radioaktives Knochenmehl. Vielleicht ist das genau das, was wir brauchen. Das Zeug ist zwar vorwiegend in Nestern von Todeskrallen zu finden, aber wenn es diese Knospen zum Blühen bringt, ist es das wert. Mit Abbeys Hilfe sollten wir sie auch leicht finden können. Jetzt muss ich diese Information nur noch an Relay weiterleiten, damit ich ein Team zusammenstellen und die Sache weiterverfolgen kann. Cool, Todeskrallen erledigen, ist ja immer toll. Ich habe ein Flugzeug gehört, helft mir, ich sitze fest. Ja und jetzt? Laufen? Geht nicht. Ich habe auch nichts, was mich heilt, ne? Wir verlieren halt sehr, sehr viel Nahrung durch unsere Krankheit. Und Wasser anscheinend auch. Ich muss halt nach Hause, um mich hier zu heilen. Okay. Wir haben kaum noch Munition. Da haben wir eigentlich irgendwas. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier. Untersuche die Hütte. Ich gehe einfach. Tschüss. Ne, bitte euch. Vielleicht ist das in der Hütte irgendwas, was wir brauchen. Ich muss doch nochmal in Schrott loswerden. Kann doch nicht so schwer sein. Ich bin froh, dass die Dinger mir nicht folgen. Obwohl ich sie ehrlich gesagt gerne getötet hätte. Optional. Höre dem Sender. Ja, ja, ja. Das machen wir noch. Ich habe zwar keine Lust darauf, mich mit einer Todeskralle anzulegen, aber naja. Au! Garstige Zecke. Na toll. Roboterrüstung. Oh, Patronen. Patronen sind immer gut. Ansonsten ist hier nichts, außer noch mehr Dreck, das ich mitnehmen muss. Toll, ne? Find ich auch. Ähm... An mehreren Orten wurden Bewegungen erfasst. Ausgelöste Sensoren. Drei. Größe der Kreatur. Groß. Einen Daten hochladen. Untersuchestandort. Nein, ich will nicht Standort... Die Königin der Jagd. Oh Gott. Aber ich will nicht. Tagebuch. Eintracht 1. Erster Eintracht. Meine Freunde halten mich sicher für verrückt, nach Fantasie-Monstern zu jagen, aber ich habe dieses kleine Projekt vom Kanzler selbst genehmigt bekommen. Sollen Sie doch reden, so viel Sie wollen. Andy glaubt, dass die hohen Tiere bei Vault-Tec sich nur meine Erkenntnis unter den Nagel reißen wollen. Das traue ich denen glatt zu. Aber es ist mir egal. Mein Vater hat diese... Kryptiden schon gejagt, bevor ich überhaupt geboren wurde. Und er hat nie einen echten Beweis für ihre Existenz gefunden. Aber er hat auch keine Vault-Tec-Technologie im Rücken. Das hier ist für dich, Daddy. Gott hab dich selig. Eintracht 2. Alles läuft. Ich bin kein technisches Genie, aber ich habe die Sensoren letzte Nacht fertig gemacht. Keine Treffer nach den Daten, aber wer allen Ernstes glaubt, sofort einen Treffer zu bekommen, musste mal sein als Kohlen... Kohleneimer sein, wie mein Alter sagen würde. Jetzt heißt es zurücklehnen und warten. Ich werde Nessie mal gründlich reinigen, um mir die Zeit zu vertreiben. Kann nicht riskieren, dass sie mich mit einer Ladehemmung überrascht. Ich habe meine ersten zwölf Punkte mit ihr gemacht. Sie ist die richtige für den Job. Gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Ich habe gestern Abend meinen ersten Treffer gelandet und ich bin total sauer, weil ich ihn komplett verpasst habe. Wenn ich nicht in Panik geraten wäre, als ich den Alarm bemerkt habe, hätte ich wenigstens einen Blick auf irgendwas erhaschen können. Ich bin runtergerannt, als hätte ich den Verstand verloren. Andererseits habe ich ein paar Abdrücke von Grafton-Spulen gefunden. Als ich bei Sonnenaufgang zurückgekehrt bin. Es war also kein totaler Reinfall. Nächstes Mal sind Nessie und ich gewarnt. Ein Track 4, Snelly. Keine echten Treffer seit Tagen. Einmal hat ein Bär den Alarm ausgelöst. Ohne Nessie hätte ich jetzt keine Haut mehr. Ich muss wohl noch vorsichtiger sein, als ich dachte. Ich bin dem Megashop über diesen Oldtimer gestolpert. Der Megashop? Da hatten wir doch mal eine Nachricht. Wir haben ihn gefunden. Oder so ähnlich. Und wir haben eine Weile über den Snelly gesprochen. Hat mich sehr an Dad erinnert. Herr, lass mich das nicht vermasseln. Ich habe einen besonderen Platz an der Wand reserviert. Nur für den Kopf des alten Snelly. Vault-Tec kann von mir aus so viele Proben haben, wie sie wollen. Aber der Kopf gehört mir. Tag der Abrechnung. Es war, Gott weiß wie lange es her ist. Aber die ganze Welt ist den Bach runtergegangen. Ich habe mich eine Weile mit ein paar Leuten in Berk... Berkillay? Springs versteckt. Habe von Konserven gelebt, ohne Elektrizität. Kaum fließendes Wasser. Aber keine Ahnung, wie sauber es war. Ich musste da raus. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, bevor es nach Süden ging. Ich denke, das ist für mich im Moment der sicherste Ort. Die Roten warfen die Bomben auf uns. Ich kann nur hoffen, dass wir es ihnen richtig heimgezahlt haben. Eine neue Welt. Es gibt diese Momente, in denen ich mich wie auf einem Campingstrip fühle. Campingtrip, nicht Strip. Strip wäre quasi Las Vegas. Dann ist es, als könnte ich den Kopf heben und sehen, wie mein Daddy ein Feuer einfacht. Ich habe Fallen gestellt und bei der Jagd geholfen. Aber es wird immer seltsamer. Einige der Tiere sind fast vollständig ausgestorben. Andere allerdings werden ziemlich groß. Eric und Hayley. Ich habe heute einen Fremden getroffen. Er sagte, er heiße Eric. Schien ungefähr mein Alter. Aber das kann man ja heutzutage nicht mehr mit Gewissheit sagen. Es war ziemlich wütend. Sprach ständig von einem Mädchen. Hayley Porter. Das ihm das Herz gebrochen hätte. Er sagte, sie hätte sich an der VTU getroffen. Und einem großen Geheimnis der Hohen Tiere auf die Spur zu kommen. Ich schätze, Andy war nicht der Einzige mit solchen Theorien. Klingt, als wäre Hayley immer noch da draußen in Morgentown. Aber jetzt ist sie auf sich allein gestellt. Ich wünschte ihm viel Erfolg und er machte sich auf den Weg. Wahrscheinlich sehen wir den Kerl nie wieder. Bewegung erkannt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben würde. Aber die verdammten Sensoren gehen los. Ich frage mich, ob vielleicht eine Vernichtung der Menschheit nötig ist, damit diese Kryptiden aus ihrem verdammten Versteck kommen. Nessie ist immer noch in guter Verfassung. Und ich werde das Risiko eingehen. Was habe ich in Zeiten wie diesen zu verlieren? Dein Leben. Du bist tot. Kapitiden Snelly Garstar Sichtung 0 Charakteristische Eigenschaften Länglicher Schlangen- oder Drachenähnlicher Körper Flügel Möglicherweise zur Hälfte ein Vogel Scharfe Krallen und scharfer Schnabel Hinweise Krallenspulen an Bäumen Zu groß für einen Bären Fotos gemacht und Abdrücke genommen Monster von Grafton Sichtung 0 Charakteristische Eigenschaften Sehr groß und massig Möglicherweise kein Kopf Weiße, seehundartige Haut Hinweise Frische Spuren am Standort Beta Fotos gemacht und Abdrücke genommen Nach einer Lokomotive Klingender Ruf Vielleicht ein Zug in der Ferne Unklar Mottenmann Oh Den haben wir schon gesehen Sichtung 0 Charakteristische Eigenschaften Humanoid Mit roten, leuchtenden Augen Sehr große Flügel Besitzt Flugfähigkeiten Hinweise Keine bis auf Aussagen von ungefähr 30 Augenzeugen Mehr als 30 Augenzeugen Flatwood Monster Charakteristische Eigenschaften Fremdartig leuchtende Augen Besitzt aller Wahrscheinlichkeit nach Arme Kapuzenartiger Helm Und ein Umhang ähnelnde Kleidung In der Nähe treten oft helle Lichter Oder ein brennender metallischer Geruch auf Hinweise Helles Licht über Gebirgsregionen Habe Fotos gemacht und denen leider nicht zu viel zu erkennen ist Möglichen Sichtungsort untersucht Seltsames Feuer zwischen den Bäumen Aber kein Geruch Es vielleicht über Nacht verfolgen Es vielleicht über Nacht verfolgen Der Wendigo Mit dem hatten wir schon das Vergnügen in einem anderen Spiel Charakteristische Eigenschaften Spiel her Das Flatwood Monster sagt mir auch etwas Den Snidegaster Monster von Grafton sagt mir nichts Aber das sind halt fünf legendäre Tiere Die es halt auch in unserer Legende gibt Und ja Die Königin der Jagd Erledige den Krypton bevor er verschwindet Das kann ich nicht machen Ich bin schon wieder am Vorgang an Ich muss nach Hause ey Scheiße Okay was haben wir noch für Möglichkeiten Oh der ist da Da ist aber schon jemand Okay gehen wir mal dahin Vielleicht kämpft er gerade schon mit ihm Vielleicht kann ich ein bisschen helfen Wie viel Munition habe ich für die Schrot? Ah Zwölf Und die andere Munition? Neun Ah ja ich Bin gut ausgestattet um dieses Monster zu erledigen Definitiv Ah ich verhungere ich weiß Ah das ist in meinem Magen gewesen Mal gucken ist der immer noch da? Ne der ist schon weg Ja ich Muss mich erstmal um Munition kümmern Wieso habe ich jetzt Schaden erlitten? Gehen wir da zu diesem Wohnwagen Und hoffen Dass wir irgendwie mal nach Hause kommen Ich muss mich mit Munition eindecken Und alles Das geht nicht Und vielleicht muss ich Vielleicht muss ich meine Waffe auch schwächer machen Guckt mal unten rechts hin Was ich da alles habe Alter Schwede Was ist das zum Teufel? Parasiten Drei Stunden Na gut Zumindest essen Vogelknochen Minus 4 Stärke Beweglichkeit plus 5 Fallgeschwindigkeit verringert Okay Deswegen kann ich nichts mehr tragen wahrscheinlich Ne Ja doch Aber hätte ich nicht diese Minus 4 Stärke Hätte ich glaube ich Noch ein bisschen tragen können Hoffen wir einfach mal Dass wir irgendwie beim Wohnwagen Unser Müll loswerden können Ich muss nach Hause Hm Ich könnte mich auch zu Fuß Auf dem Weg dahin machen Und da auf dem Weg irgendwie was suchen Ich würde dann irgendwann halt Auch bei diesen Stationen vorbeikommen Wo wir schon waren Wo ich weiß wo wir hier sind Vielleicht finden wir auch irgendwo ein Haus Vielleicht war jemand doof genug hier zu bauen Mutierter fahren Und vielleicht nehme ich mir doch meine ganze Schrotenmunition mit Okay Wohnwagen Bitte Wo ist denn der? Ich sehe den noch gar nicht So Welches Level sind wir jetzt? 19 Fast 20 Abys Bunker Besteck des Aufsehers Aufseher Lokbuch Bunker der Freien Staaten Sam Blackwell Und Raleigh Clay Diese Scheißverräter Und ihre Sezessionisten Haben sich von Amerika Abgewandt Um die Freien Staaten zu gründen Betonbunker Damit käme man nie Durch eine Vortex-Inspektion Für Strahlensicherheit So viel steht fest Klingt als hätten sie ihre Paranoia lang genug aufgegeben Um die anderen Überlebenden um Hilfe zu bitten Ich muss einfach nur dieses Terminal hacken Mal sehen was sie zurückgelassen haben Und vor hatten Ja gut Gehen wir rein Ich sehe schon Wie wir da Endlich eine Werkbank finden Ja Nächstes Mal Wie wir zufällig auf Aufzeichnung stoßen Sei gegrüßt Fremder Jetzt mal keine Panik Mein Name ist Abby Ich bin nicht dein Feind Und das ist keine Falle Wenn du das hier hörst Bin ich nicht mal mehr am Leben Ich gehörte zu einer Gruppe Die sich die Freien Staaten nannte Wir opferten unsere Leben Bei dem Versuch Unser verbrannten Aufspürsystem Zum Laufen zu bringen Das System schlägt Alarm Wenn die Verbrannten kommen Kann beim Kampf gegen Brandbestien Hilfe leisten Ich habe eine Reihe von Hinweisen Für diejenigen aufgezeichnet Die dabei helfen können Das System fertig zu stellen Zuerst musst du das letzte Verbindungsgerät Mit finden Höchstwahrscheinlich ist es Reparaturbedürftig Wir gaben es einem Typ namens Madigan Er sollte es an der Antenne In Top of the World anbringen Finde das Verbindungsgerät Du kannst es mit der Werkbank hier reparieren Melde dich danach Am Hauptterminal des VAS an Um die nächste Aufnahme zu aktivieren Wenn du noch da bist Hoffe ich wirklich Dass du bereit bist Einen toten Mädel zu helfen Falls ja Viel Glück Falls nicht Dann Tja Viel Spaß mit den Verbrannten Danke Wenn du fast zufälligerweise Madigan bist Dein Timing ist scheiße So Wir haben hier auf jeden Fall eine Werkbank Da müssen sie halt erstmal nur finden So Was haben wir hier alles? Was ist das? In so einem Modul Aufspür Irgendwas Wir haben mal wieder eine neue Quest angefangen Mädchen Babyrassel Hattest du hier ein Kind? Weil ich mir irgendwie ein bisschen leid Bitter Gott Du und dein Kind braucht das ja nicht mehr Ich nehm das einfach mal mit Und wenn du wiederkommst Hat dein Baby halt Pech gehabt Ne Säge Ich darf nicht den ganzen Scheiß hier mit Hier sind so viele Terminals Ich will erstmal die Werkbank haben Alles andere ist mir egal Und jetzt weiß ich auch was du meinst Mit diesen Suchen Und jetzt hab ich's gefunden Wirklich bei diesen Schembehältern Ah hi Ich bin wohl nicht der Erste hier So So Eine schöne Bastelwerkstatt Oh Ist das gut Sehr schön Waffen Eine Kampfflinte Kriege ich daraus Kristall Oder was heißt das da Die Kampfflinte ist eigentlich Ich sag nicht so schlecht Mal sehen Die Kampfflinte Kristall kriege ich da nicht raus Oder Ja Die Maschinenpistole können wir wegnehmen Bowie Messer können wir wegnehmen Mistgabel Wieso hab ich Mistgabel dabei Gezackte flammende Mistgabel Okay Ja das Jagdgewehr ist eh scheiße Hatte ich gar nicht mal so schlecht Hat aber wenige Verteidigung Als mein Blei verkleidet ist Ne Rüchte noch an Ach mit Taschen hatte ich an Gut mit Taschen brauche ich natürlich Mal gucken wir ob wir da Taschen ran machen könnten Dann wäre es nämlich nicht schlecht Leder und Knochen Aber Todeskrallenklaue Oh die behalte ich mal Oder wird die damit auch vernichtet Ist auf jeden Fall eine Komponente für irgendwas Okay wir sind auf jeden Fall jetzt schon wieder ein bisschen leichter geworden Mal gucken ob wir Munition vielleicht herstellen können Ach Ich brauche auf jeden Fall so eine Werkbank zu Hause Ganz ehrlich Munition Wirklich nicht viel Blei am Start Ich muss echt irgendwie Blei farmen Also ich möchte gerne Munition haben für Diese Waffe 5,56 Versuche markieren Blei Sooo Ja super Ne mehr brauche ich nicht So Munition habe ich noch zu Hause Okay Dann schauen wir uns mal hier um Ich habe übrigens vergessen den Timer zu stellen Das ist geil Also ich würde mal schätzen Dass wir jetzt eine Viertelstunde durch haben Oder eine grobe Schätzung Wo ist jetzt der Anfangsort Hier haben wir angefangen Das heißt wir gehen mal hier hin Und hier war doch irgendwo noch eine Notiz oder Ja Abys Aufgabenliste Zu erledigen Aufzeichnungen auf das Master Holoband abschließen Kontrollprogramme zum Scannen Von Sams Terminal umschreiben Verfassungsdaten aufs Timpex Okay Nach Möglichkeiten nicht den Verstand verlieren Das ist eine gute Idee Ah da liegt noch eine Nachricht Verbrannten Detektor Okay Kritischer Systemfehler Detents sind in folgenden Warnungen zu finden Okay Verbrannten Detektor In Moor müssen gewartet werden Okay Verbindungsgeräte Verbindungsgerät von Top of the World Nicht gefunden Ah da muss ich das anbringen ne Rückkehr von Railays Ach habe ich noch nicht erzählt Also wir haben jetzt tatsächlich Ein Bunker von den anderen gefunden Und die nennen sich die Freien Staaten Szenarien Rückkehr von Railays Bunker Erstens durchsucht und nichts gefunden Zweitens Zugangsterminal ramponiert Drittens Motoren und Heizspulen gefunden Viertens Bunker steht unter Wasser Fünftens Motoren nicht mehr funktionsfähig Sechstens Verbranntehausen dort Siebtens Aliens Okay Alien Oh Da ist ein Tresor Oh Skill 3 Cool Kann ich klicken So Kann ich irgendwo darauf zugreifen Was ich alles suche Ich will ehrlich gesagt nichts Kein Holz mehr suchen Äh Zusammenfassung verbergen Auf Karte anzeigen Das können wir erstmal ausmachen Ansicht Achso Stärke 1 Wirklichkeit 8 Heißt das Dass meine Skills auch nicht mehr gehen Doch doch Die gehen noch So Hier war ja noch eine Nachricht Achso die haben wir gerade gelesen Mirage Terminal Persönliche Notizen Tag 1 Liebe Gen Wir haben es geschafft Wir sind heute offiziell in den Bunker eingezogen Da es genug Platz gab Haben wir auch die Coens mitgenommen Wusstest du Dass sie gerade ein kleines Mädchen bekommen haben Abby und Carl werden sich über die Ablenkung bestimmt freuen So können sie dann auch mal auf anderen Kindern rumhacken Und müssen nicht immer nur gegenseitig schikanieren Im Moment sind wir alle noch ein wenig aufgeregt Es fühlt sich eher wie ein Campingstri... Camping Trip Als bittere Realität an Rastlos Liebste Gen Die Kinder werden rastlos Der Bunker scheint den Reiz des Neuen bereits verloren zu haben Abby ist alt genug Um mit ein paar kleineren technischen Projekten beschäftigt zu werden Aber sie vermisst ihre Freunde Calvin und Daniel sind ungefähr im gleichen Alter Aber sie haben so viel Energie Dass dieser Ort für sie einfach zu klein ist Immerhin können wir Erwachsene uns noch über einen guten Drink freuen Wenn die Kinder im Bett sind D-Day Liebe Gen Rayleigh und Sam hatten recht Es ist wirklich passiert China hat die Bomben abgeworfen Wir haben die Vibrationen im ganzen Bunker gespürt Und die Kinder sind mir seither nicht mehr von der Seite gewichen Laut den Nachrichten herrscht da draußen das reinste Chaos Der Bunker ist bis jetzt völlig intakt Keine Strahlung ist durchgedrungen Hoffen wir, dass es so bleibt Harpers Ferry Liebe Gen Rayleigh hat gestern Abend einen Funkruf abgesetzt Um zu fragen, ob jemand ein Leben da draußen in Harpers Ferry aufbauen möchte Nach längeren Diskussionen mit den Kindern und den Comments Haben wir uns dazu entschlossen, es zu versuchen Es wird nicht einfach werden Aber wenn es Abby und Carl ein Leben ermöglichen sollte Indem sie den Himmel sehen und mehr Menschen um sich haben Dann ist es der Versuch wert Die verbrannten Liebste Genova Es ist lange her Ich hatte auf diesen Terminal nichts mehr geschrieben Seit wir nach Harpers Ferry gegangen waren Aber jetzt sind wir wieder zurück Wir haben es sieben Jahre lang versucht Aber leider sind wir gescheitert Ich hab Besuch Diese neue Welt ist gefährlicher als erwartet Es gibt da draußen neue Kreaturen, die wir die Verbrannten nennen Wir sind irgendwie dazu in der Lage, andere Organismen zu übernehmen Bären, Hirsche und sogar Menschen Solange wir keinen Weg gefunden haben, um mit ihnen fertig zu werden Ziehen wir uns in den Bunker zurück Wo ich Abby und Carl beschützen kann Wir haben durch diese Monster schon die Coens verloren Ich werde nicht auch noch das Leben unserer Kinder riskieren Da haben die echt versucht, da was aufzubauen Vorschläge Ordnung Verbrannten Ortungsgerät Ella glaubt, die Verbrannten eine einzigartige Alter, das ist irgendwo so ein kleines Viech, ne? Das will ich jetzt töten Dadurch, dass hier jemand Neues im Bunker ist Sind wir natürlich neu gespawnt Oh, Level Up Nein, schade Die haben mich einfach nicht angegriffen, weil ich hier gerade gelesen habe Nette Viecher, nette Viecher Ortung Ella glaubt, dass die Verbrannten eine einzigartige Strahlungssignatur aufweisen Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Gerät bauen kann Das diese Signatur empfängt und ein Signal aussendet Es könnte eine Art Frühwarnsystem werden Falls wir die Mittel zum Kämpfen haben Dann werden wir kämpfen Aber falls nicht, können wir uns in unsere Bunker zurückziehen Ich werde heute Abend die ersten Pläne anfertigen Sendetürme Wir haben darüber gesprochen, die umliegenden Regionen mit Detektoren auszustatten, um einen besseren Überblick zu erhalten, was auf uns zukommt Das erfordert allerdings ein größeres Kommunikationsnetzwerk, als ich es allein aufbauen kann Es sollte eine Möglichkeit geben, die Sendetürme dafür zu verwenden Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Verbindungsgerät bauen kann, das unsere eigenen Signale empfängt und überträgt Eddie stellt für uns ein Team zusammen, um das zu untersuchen Reparaturbots Es ist absurd, wie oft diese Verbindungsgeräte durch die örtliche Fauna beschädigt werden Nach Terrys Tod habe ich beschlossen, einen Roboter zu bauen, der sich darum kümmert Ich habe einen Augenbot gefunden, der dafür geeignet sein sollte Fallen Wir haben in Camp Venture ein paar technische Geräte gefunden, die von der stehlernden Bruderschaft zurückgelassen wurden Ella glaubt, dass wir mit einigen Modifikationen eine Art akustische Brandbestienfallen bauen könnten Falls wir die richtige Frequenz finden, sollte es uns gelingen, sie zu desorientieren und sie vielleicht sogar lange genug am Boden zu halten, um sie zu töten Das wäre nicht schlecht Mitteilung der freien Staaten Der leuchtende Sumpf An alle Ich muss noch kurz was trinken An alle Wir haben kürzlich die schlimmsten Bedingungen überlebt, die es im Moor je gegeben hat Falls sich etwas je wiederholen sollte, so sind folgende Schritte zu befolgen Äh, achso, das kennen wir schon Haben wir schon gelesen Das Krankenherz, das kennen wir auch Kennen wir alles So, der Besucher hat also hier, äh, Leben wieder einfacht, gerade bei uns, ja Und er hat ein paar Kakerlaken hier getötet Also hier war er auch War wahrscheinlich kurz hier, hat hier hier gemacht und dann ist er weggegangen Okay, dann würde ich sagen Reisen wir mal ganz kurz nach Hause Wohl müssen wir das noch Wollen wir nach Hause reisen Ich hab jetzt hier ordentlich Munition hergestellt Abbey's Terminal Die Verbrannten Mein Vater denkt, dass ich alt genug bin, ein paar Dinge über sein verbrannten Aufspürsystem zu lernen Und seitdem nichts als Arbeit, Arbeit, Arbeit Ich hasse es Ich weiß, dass die verbrannten Nerven und Harpers ausgelöscht haben Aber glauben sie wirklich, dass das funktioniert? Ich bin mir sicher, dass wir am Arsch sind und ich den Rest meines Lebens auf Betonziegelwände starren muss Dex Dex ist fort, er ist verschwunden, aber wir alle wissen, dass er tot ist Calvin darf man einfach nichts überlassen Ich verstehe nicht, warum ich einen Bruder haben muss Ich könnte ein Einzelkind sein Doppelt so viele Geburtstagsgeschenke Doppeltes Taschengeld Und natürlich einen Hund, der noch am Leben ist Fort Defiance Defiance ist gefallen? Die Bruderschaft ist nicht mehr In der letzten Nachricht hieß es, dass Defiance gefallen sei, wo auch immer das sein mag Jetzt stellt Rayleigh einen Trupp zusammen, der in ihrem alten Treffpunkt Camp Ventura nachsehen soll, was zu holen ist Sie mögen vielleicht Arschlöcher gewesen sein, aber wenn jemand eine echte Chance gegen die Verbrannten hatte, dann die Bruderschaft Ich würde gerne wissen, was passiert ist, aber dafür müsste ich erst Fort Defiance finden Und der Nachricht nach dürfte es dort vor Verbrannten nur so wimmeln Funksignal Ich habe neulich ein schwaches Funksignal empfangen Eine Frau hat irgendwas gesagt Es klang, als würde sie Hilfe anbieten Aber ich konnte es nicht verstehen Das Signal kommt und geht Es schien ein bisschen stärker zu sein, als ich nach Westen in Richtung der Berge ging War das vielleicht, äh, Top of the World? Ich würde das gerne untersuchen Nachdem alle anderen fort sind, könnte ich wirklich Hilfe von jemandem gebrauchen, der noch lebt Aber ich müsste Radargebiet durchqueren und nah genug für ein starkes Signal heranzukommen Und das kann ich einfach nicht riskieren, so ein Mist Neuer Anfang Es ist ein Jahr her, dass ich meinen Vater verloren habe Aber ich habe durch sein Terminal gelesen und mich daran erinnert, wie sehr er uns retten wollte Er hat mich ausgebildet und so sehr ich es auch hasste Das war's in- und auswendig zu kennen, um es fertigzustellen Falls etwas mit ihm passiert Dann ist er gestorben und ich habe nichts getan Heute werde ich, so große Angst ich auch habe, das System fertigstellen Sie sind alle dafür gestorben, selbst Calvin Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht gut ausgeht Aber ich habe nichts zu verlieren Abschied Vor einiger Zeit habe ich gesagt, dass ich das War's fertigstellen werde Ich weiß, dass meine Chancen auf Erfolg zig Millionen zu eins stehen Zuerst habe ich also viel zu viel Zeit damit verbracht, Millionen Dinge zu basteln Damit jemand, der meinen Bunker nach einem Weggehen findet, das War's ebenfalls fertigstellen kann Das ist jetzt erledigt Und das hier ist vielleicht mein letzter Eintrag Ich habe einen Rucksack gepackt und breche nach Top of the World auf Um Maddigans Verbindungsgerät zu finden Schon wieder Top of the World, ne? Das dreht sich irgendwie darum Na gut Ich würde sagen, damit hauen wir jetzt hier ab Wir müssen doch nach Hause Wir müssen uns ja heilen Das stimmt Da war etwas Äh, wo ist der Ausgang da? Dann stellen wir mal einen Plan auf, wie wir jetzt handeln Wir haben eine Milliarde Quests Wir haben eine tägliche Quest Die ich womöglich dann anfangen werde, ne? Das heißt, wir gehen jetzt nach Hause Wir bereiten uns ordentlich drauf vor Wir müssen nämlich noch Dinge reparieren Stimmt Na gut Dann müssen wir hier zurückkehren Dann machen wir die tägliche Quest Ach, das ist so weit weg Ach, das wird so teuer, da hochzukommen Nicht gut Gar nicht gut Aber wir sind fast Level 20 Immerhin Und wenn, wenn da irgendwie so eine Bestie kommt Dann hole ich halt mein, äh, hier Mein Ding ins Gewehr raus Ich weiß schon, hier Hans-Dieter-Gerät Äh Mir fällt es gleich ein Gleich fällt es mir ein Schwarzpulver Äh, Pistole, Kanone Oder auch immer Wieso lande ich ab und zu hier? Ihr macht das schon Was ich genau neben dem Spot bin Wo Gegner sind, ne? Aber vielleicht gibt es genug Erfahrung Nein Gibt es nicht Na gut Gehen wir hoch Und reparieren erstmal ein paar Sachen Ein Labor habe ich ja auch, ne? Habe ich, äh Habe ich noch Heilung am Start? Erstmal schöpfen wir hier ein bisschen Wasser Wieso ist da jedes Mal nur zwei Wasser drin? Jetzt bin ich wirklich weiter Okay Transaffäre Wir haben hier bestimmt noch Munitioner, die wir mitnehmen wollen Ah Die Steuerung wurde kurzzeitig deaktiviert Weil das selber nicht antwortet Geil Gut Ich würde sagen Das war's für heute, Freunde Wir sehen uns morgen Zu einer neuen Folge wieder Haut rein Euer Serum Tschüss